guten abend und herzlich willkommen zu einer weiteren folge technische säure 678 ich bin im netter sehr gut kann ich nur die schokolade essen ah close stone direkt am spawn wie ich das mag direkt frontal das dürfen sie nicht ich habe keine blöcke zum hochbauen dabei sehr lecker ist doch ein milker was mache ich jetzt das weiß ich leider nicht hmm der spelle ja Du hast eine Bier. Die Reckenforteile, das dürfen sie nicht. So. Irgendwas wollte ich tun. Ah yes, ich wollte Capacitas bauen. Aber ich glaube vorher mache ich mit einem anderen Generator, weil der ist echt schäbig. Acht. Acht. Acht mal vier. Sondern was? Zweiunddreißig. Woher soll ich denn 32 Goldnuggets hernehmen? Let's choke. Okay, you know what, ich mache jetzt halt mal einen. 37 Goldnuggets. Ist nicht so viel Gold. Ja, aber wenn man kein Gold hat, ist das ne Menge Gold. Das ist richtig, aber das ist dann dein Problem. Ach komm, vergiss es diese Scheißdinge bei euch nicht. Okay. Warte, was wolltest du machen? Capacitus. Hm. 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 War mal Gold. Nee. Warum nicht? Ähm. Keine Zeit, meine Quarry ist grad am volllaufen. Das ist dramatisch. Die läuft wahrscheinlich gar nicht mehr. Weil die keine Kohle hat. Ich wollte grad sagen, ich glaub eher, dass die nicht läuft, weil die keinen Strom hat. Hä. Ich fahr auf Roten Stein. Ich hab Infernus Generator. Das war der Culinary Generator nochmal, der hat äh, Essen. Warum sollte man sich sowas machen, wenn man kein Food hat? Warum nicht? Warum nicht? Essen gibt es genügend auf die Planet. Warum hab ich das so weit weg gebaut? Weiß ich nicht. Ah, da ist er ja. Kann sie schon sehen. Äh. Richtig, die läuft nicht mehr. Das ist schlecht. Mein Boot ist schon wieder kaputt. Aber wenn das so ist... Aber wenn das so ist... Perfekt. Ich hab mehr Strom, als ich vorher hatte. Ich hab nen Köfte, Spieß. Man kann hier... Wait. Gibt's dir Köfte, Spieß? Gibt's beide. Gibt's beide? Gibt's beide? Pumps, hast du ja. Köfte, Spieß? Hallo, Köfte, Spieß. Ist irgendwie ein Dünner oder so? Ein Dünner? Kein Bart? Aber es gibt doch mal nicht Tacos Kleiner Unterschied Da, ein Taco und ein Fisch-Taco Mit Tortilla, Lettuce, Tofu und Gorgonzolo Cheats Disgusting Du musst echt mal kochen in dem Spiel hier Fisch-Taco, ein Cutting-Board, einen kompletten Lettuce oder eine Scheibe Kannst du dir aussuchen, einen Tortilla Parmesan schießt Und guckt Kalamari Stattdessen könntest du auch Schweizer Käse, Appenzeller, Cheddar Gorgonzola, Ricotta, Käse, Parmesan, Monterey, Swiss Nehmen Garlic Chicken Drei ganze Knoblauch-Dinge Ein Chicken und Öl Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Witzig Ein Skeleton Ich habe Öl gefunden Direkt frontal neben mir Öl Nicht Öl Ich tue schon wieder nichts Ich komme in den Nähtag Eine Festung finden Witzig Ne Bist du illern, mit der? Ne Warum nicht? Ähm, weil, ähm... Ich hab ne Festung. Wie soll man denn da hinkommen? Oh, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist doch nicht so einfach. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin in der Festung. Ich hätte mir den Wegpunkt setzen sollen am Spawn. Halt, ich muss den andersrum bauen. Pff, ha ha ha. Hm. Ha. Scheiße. Was ist denn? Hat aus Versehen ne volle Kiste abgebaut. Ja, da sind bestimmt nur Steine drin. Nein. Gold gefunden. Falls dich das interessiert. Nein. Ich dachte, du brauchst Gold. Ja. Ja. Aber deswegen soll mich das freuen, dass du... ...versteh ich nicht so ganz. Nein, ich wollte dir das nur unter die Nase reiben. Ich hab nochmal Gold gefunden und Dias. Gäste Dias? Oh, da hätt ich Bock drauf jetzt. Hm? A chest. A chest. Ich hab Gold gefunden. Ich hab Gold gefunden. Ich hab Gold gefunden. Scheiße. Scheiße. Mich hab Donald gefunden. Jetzt hör mal auf, mich zu hauen hier die ganze Zeit. Das ist genug, Talk. Wie teuer war dein Solarpanel? Och, das ging eigentlich. Das macht mich fertig. Das macht halt keinerlei Strom. Hier schon wieder neutäumen ist. Du kannst schlafen gehen. Nein, kann ich nicht. Oh doch. Ah. Oh. 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 Ich hätte mir grad schon wieder aus Versehen den Speaker gecraftet. Ich hau ab. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich baue jetzt hier ne Treppe hin. Nein. Man sollte nicht mit nem Boot gegen die Quarry fahren, sonst zerspringt das Boot. Man sollte generell mit dem Boot nirgendwo gegen fahren. Ja, hätte ja sein können, dass man irgendwie durch die Quarry durchfahren kann. Oh, no. Oh, no. Oh, Digga. Ah, da unten. How do I get down there? Oh, yeah. Easy snack. 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 Yes, erfolgreich. Ja, ich will eh irgendwie. Was? Was? Es leckt. Wir könnten mal schlafen gehen. Kannst du gerade schlafen gehen? Ja. Ich liege. Ich schwimme. Ah. Sehr gut. Es ist basically Date-Time. Immerhin spawnt man dieses Jahr wieder schnell. Dauert nicht so ewig wie sonst immer. Ich habe eine Koropten gefunden. Ah. 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 Blüsch, blüsch, blüsch. Mmmh! Mmmh! Wo war noch mal dieses Essen? Es gab doch diese trockene Suppe, die wir immer gemacht haben. Dried Soup? Weiß nicht. Oder gibt's die nicht mehr? Eigentlich gibt's die nicht mehr. Beziehungsweise das heißt nicht mehr, noch nicht. Ja. Ja, wir werden das herausfinden in der nächsten Folge. Mhm. Auf Viv. Auf Viv. 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 Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.